ARD Text im Auftrag von Funk Gut, okay, fangen wir mal an. Ich muss nur sagen, mach mal einen Witz. Mach mal einen Witz. Mein Lieblingswitz. Kennst du? Na ja, warum lachst du denn jetzt schon nicht? Warum lachst du denn jetzt schon nicht? Ach so. Wenn du dich sitzt, kommt eine Frau beim Arzt. Ja. Okay. Der zündet spät. Ja, das ist so. So, wir sollen Prost. Äh, man guckt sich übrigens beim Zuprosten in die Augen. Ach so, Entschuldigung. Wollen wir auf Bruderschaft prosten? So? Nee. Komm hier, also. Ach so. Sind meine Augen dort? Ja, wenn du reinguckst, schmoll. Ach so. Okay. Ja. 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 Ah, lecker. Das ist unser neues Spielzeug. Und jeder einen. Da. Einen. Kann man super in der Bahn benutzen, um Leute, hier muss ich dringucken, kann man super in der Bahn benutzen, um Leute irgendwie zu verwirren. Weil die denken, was macht der da mit diesem Taschenrechner? Ja. Ja. Kann man natürlich auch am PC anschließen, am Rechner und dann übertragen mit diesem Plug-in hier, wie heißt das? Mikro, Sonic, Tonic. Microsoft. Microsoft. Ah ja, noch Microsoft, ja. 12. Ja, Microsoft 12. Da hab ich mir jetzt runtergeladen, mein Betriebssystem Microsoft 12, ja. Ja. Das haben die meisten noch nicht. Ich hab einen Kumpel gearbeitet beim Computerladen, hab mir das persönlich gemacht. Bei Eskom. Bei Eskom habe ich den auch. Ich hab meinen Compac 3612 installiert. Ja, gut. Wir machen heute mal wieder ein neues Video. Genau. Achso, ich möchte darauf hinweisen, wir haben wunderschöne neue Pullover. Ihr kennt vielleicht noch diese Band. Aber wir haben entdeckt, dass die früher schon AGKW-Polo beigetragen haben. Das ist ganz klar, aber. Was sagst du, Junge? Hä? Was denn nicht? Das Konzept ist ein ganz anderes. Na und zwar? Das Konzept ist eine Boy-Band. Wir sind eine Boy-Band. Also sind wir das. Ah, ok. Und welcher bist du davon? Ich bin hier eher. Keine Ahnung. Joey? Jeder hättest bestimmt Joey, oder? Dann bin ich Kelly, oder was? Das ist die falsche Band. Gut. Jo. Okay, wollen wir mal durchstarten? Wir starten dann. Let it flow. Jetzt. Nee. Jetzt, jetzt. Okay. Warum startet der nicht? Wo hast du denn hier drauf? Weil ich hab ja alle Stütteln. Achso. Läuft schon noch. Aber... Ich habe noch keine Base-Trammel. Weißt du? Die kommt. Ja, jetzt. 10 bis 15. 20. 1... 1... 2... 5 1... 1... 2... 3... 4... 10... 11... 10... 11... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020